ja hallöchen mein lieben und willkommen zurück zu let's play destiny warriors schon den namen des spiels vergessen irgendwie das erste mal waren wir im sumpf haben geko kalt gemacht und jetzt ja jetzt irgendwas haben wir irgendwie neue waffen gekocht und für ihn das problem ist nur ich weiß nicht was die anderen haben können deswegen will ich nicht in dem irgendeinen scheiß kaufen deswegen immer schön wenn wir die andere irgendwie auch mal ausrüsten könnten ist der geil ist ja mega geil aber irgendwie ja wenn wir das nicht und das ist ein bisschen dumm aber auch nicht super geil so von der nacht hätte erholen so nein 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 ich wollte nicht die waren hier glaube ich in einem laden von dem typen da so halt so ich habe eigentlich genug glaube ich das geld haben eigentlich genug glaube ich ich werde nicht unnötig zu euch kommen speedy zeichern größte ist das agility attack luck magical max hp und dann haben wir ja auch noch feiert haben wir sehr gut ich würde sagen kochen wir eben erst mal noch ein gut kochen eben über das so jetzt komme ich hier Ja komm, Gedanke. Es bereucht, dass ich das Spiel nicht in Mecca geöffnet habe. Ernsthaft. So, jetzt haben wir die besser ausgedrückt für ihn, aber nicht für die anderen. Das finde ich ja richtig geil, nicht? Weil die anderen nicht in der Party sind. Ich finde das dumm. Naja. Jo. WELCOME BACK TO PHOENIX. I'm sorry to inform you, but the scroll you received from is a fake. Are you serious? Or did it work for a fake scroll? I'm the plain Gilbert. I should have checked to make sure the scroll wasn't a fake. It's quite alright. I sent you a mild area to scout for Gecko's whereabouts. And according to their report, Gecko is still in the swamps, but deeper in the swamps. The report also states that the Ninja Black Market Leader Hardest may be with Gecko inside their stronghold. So our mission is to get back the three scroll correct? Indeed. You are dismissed. Don't let me down. Um. Yeah. Sometimes enemies will IP walking around on the map, which walk into them at Battlefrontomers. However unlike random encounters, you will not be able to escape from the map visible enemy. Naja. Schön für euch. Ähm. Ich hätte eigentlich gerne auch mal Iron Sword Sword. Ein Sword Sword. Oh. Was? Ein Rio. Willst du mich verarschen? Iron Sword Sword. Wenn das irgendeiner von euch gebrauchen kann. Du könntest das gebrauchen. Dann kriegst du das auch. Save. Papier sind ja voll soweit. Genau. Na dann. Äh. Dieser Dungeon ist, äh, dieses Spiel ist so gut nicht. Oh man. Ist der Typ hier eigentlich erstmal noch bei uns? Der Demon Star hier? Oder wie? Das ist ja mein Nacko. Di 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 Di. Das ist schön, wenn ich ihn mal für die anderen Zeug kaufen könnte, aber ich muss nämlich dann irgendein Kram kaufen, wo ich ihn weiß, ob das es überhaupt gut ist. Wir sind jetzt richtig scheiße, ehrlich gesagt. Das ist nicht gut gelöst. Habe die gar nicht. Man hat ja clean. Man könnte ja auch die in der Party lassen. Dann wissen wir, was die aussäusten können. Jetzt haben die immer noch fast alle ihre Standard-Waffen, das finde ich richtig scheiße, richtig Gerbs-Scheiße hätte ich gesagt, aber mein Gott, das ist halt so und naja, ist das klingende Level, sagen wir es mal so, Axe Dark in Prison, mhm, der ist schon mal tot, ähm, was wollte ich jetzt, ich wollte irgendwas, äh, ich habe keine Ahnung, mein Gott, Axe Dark in Prison, da haben wir noch ein paar Häusenschwungs, die wir nehmen können, so, die beiden kommen auch mal weg, Max hat zu verschocken und keinen Werfen, mag kaum Schaden, So, und jetzt Und Tschüss Und Tschüss Und tschüss. Level Up Sword Dance, viel zu viel Kram. Oh, tschüss auch. Das ist so dumm, dieses Spiel, das ist echt mit den Shops, das ist so scheiße. Ich hoffe, wir kommen irgendwann mal zu fit in den Shop. Ansonsten habe ich ein Gläserglanzproblem, weil ich die Leute nicht ausrüsten kann. Also muss ich das Spiel doch noch, als nur mir einen Shop cheaten. Das geht doch nicht. Dass ich mir einen Dungeon-Shop cheaten muss, dass ich die ausrüsten kann. Das ist doch so dumm. Das ist einfach nur mega dumm. Das ist echt nur übelst mega dumm. Aber nun gut. Gucken, wo ist der Typ hier? Ist da. Dann machen wir mal vorne noch was und dann... Ich weiß, hier in der Party bleibt. Aber ich nehme mal mit, dass du ein bisschen leer willst. What the? Das hat wenigstens jeder auch in der Woche. Das hat wenigstens jeder auch in der Woche. Ich nehme mal eine Cure auf dich da. So. 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 Äh. Du weißt mal, wie sie durch. So. So. Auf der... Schon wieder kam. Alter. Wer speed. Das sind ganz schön viele Gegner. Alter, immer dieses Missen, ey. Das ist so dumm. Und dann. Stun. Ja. Nee. Ist klar, Alter. Ja. Nee. Ist klar, Alter. Ja. Nee. Fickt euch doch, ey. Ist klar, die kann einfach mal eine ganze Party stunnen. Ist das nicht mal der Ernst, ey. Oder viel mehr herunten. Stun ist eigentlich nur auf einer Runde, oder nicht? Ist doch nicht euer Ernst, ey. Und der Scheiß. Ja. Endlich. Danke. Geht doch. Meine Fresse, ey. Hör auf, so weichen verdammt. Meine Fresse. Hier ist Stun schon wieder. Alter, vor weiter. Moment. Richtig gefährlich noch. Stun auf die ganze Gruppe. Was ist das? Was ist das? Das ist einfach voll dumm. Was macht man nicht? Das kann mich das ganze Bedingungsstanz zerstören. Wenn man auf einmal das Spiel nicht behandeln kann, weil alle gestand sind. Und dann die ganze Party ausgelöscht wird. Und es ist nicht mehr irgendwas geht dagegen. Also. Ja, ist ja gut. Und schiss. Du dumm. Sade und Everop. Nice. So. Lodge ist Preepil. Und das ist auch noch her. Alter. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Man. Das stört mich am meisten, dass ich nicht mal die anderen ausrüsten konnte, mit ihren Besten machen, weil ich die anderen im Kauf weiß nicht, ob es die Besten machen sind oder wie auch immer. Das ist so dumm, einfach nur übelst dumm. Ernsthaft. Das ist übelst dumm. So, mal kurz eine Heilung durchziehen hier. So. Dann noch mehr. Ich verstehe übrigens nicht, warum die Usurfen-Member, äh, Usurfen-Leute keinen XP bekommen. Warum er das nicht eingestellt hat. Das heißt, ich kann immer nur viel gleichzeitig trainieren und, ähm, ja, das ist übelst dumm. Das könnte Spiel noch für Probleme sorgen, wenn die anderen dann under-leveled sind. Ich sollte mal Skills einsetzen, ich weiß, aber ich bin irgendwie nicht mehr für so einen Scheiß verbrauchen. So. Random-Mobs. Random-Mobs. Die eh nix können. Aber die Skills auch nicht, als wir nicht mehr Schaden machen. Level 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 Level. Oh ja, ist Level 10. Nice. So, ne? Ja mal. Hallo. Warum stehst du da an der Wand? Warum fixst du die Wand? Das sah jedenfalls aus. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es gab mal früher in der Schule, jemanden bei uns in der Schule, der hat sich echt nur auf dem Schulruf eine Hunde geholt an der Wand. Ich verstehe auch nicht, warum man sowas macht, aber naja. Das, äh, war ziemlich seltsam. Wie kommt das aus dem Thema jetzt eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Leute, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht. Ich glaub, um 3 zu lange. Wie gesagt, 10 Stunden meint der Entwickler, aber naja. Ich glaub nicht, dass das 10 Stunden lang gehen wird. Wenn das 10 Stunden lang ist, wo einer geht hier. Wie? Nimm mir Hilfe. Nimm mir Hilfe. Oh, Schuss. Oh, da wird Hilfe. Nice. Was? Wetter. Äh, ja. Oh man! Was können die denn? Nur beißen, ok. Also ein bisschen Schaden, aber es war es auch schon. Jetzt sollten wir mal gehalten werden. Oh man ey, geht man nicht auf den Kriegsjahr? Nein, was ist das? Was ist das? Danke. Meine Fresse, wie nervig. Oh, 500 Damage. Ja, nicht. Jetzt stirbt endlich bitte her. Und tschüss. Und tschüss. Und der Mist, war ja klar. Und tschüss. So. Swiss Cheese. Wie bitte? Dein Käse bekommen. Swiss Cheese Yum. Elegant 30% mehr TP. Ah ja. Ehm. E2. Fetch. So. 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 Riesen Scroll ist das denn. Das ist schon. So. 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 im Game in die Kämpfe auf den Geist. Ich muss dann aus den Bosskrämpfen nichts machen außer eine Kloppe. Was einfach zu leicht ist. Abends mal heilen, aber das wars auch schon. Und die High-Items und Kram will ich mal auch nehmen für Bosse und deswegen will ich keine Skills einsetzen. Das kostet nur undurch mehr Zeit und macht auch nicht mehr Schaden. Da kann ich auch einfach draufkloppen und dann sind sie auch genauso schnell tot. Das macht eh keinen Unterschied, die paar EP mehr. Level Up, Aura Plate. Schön für dich. X-Hear-Pill, Lash-Stamina-Pill. Ich hab quasi gar nicht erwähnt, ich hab was lustiges rausgefunden über das Spiel. Das Spiel gibt es ja auch im APG Maker VX Ace Forum, äh, nicht im, ähm, ne, im, ähm, ich glaub im APG Maker Network oder wo es war, gibt's das kostenlos, das Spiel hier. In der älteren Version. Also man muss gar keinen Euro ausgeben für den Scheiß hier. Ich, äh, wusste mal ein bisschen, ja, gibt's doch zurück, weil es gibt's auch kostenlos woanders mit der Begründung. Ähm, das, nö, ich kauf mir sowieso wissentlich auch Trash und den halt zu erlösen. Einfach aus dem Grunde hab ich halt auch ein paar mehr Projekte, die ich machen kann und, ähm, kann auch ein paar Schwierigkeiten, die ich mit lustig machen kann. Und kann auch halt den, so ein bisschen dann, äh, wissen halt die Leute auch, ja, das ist Trash. Auch wenn's natürlich sowieso ausgeglichene Wertungen hat auch Steam. Und das ist meistens sowieso Trash. Und der Kram, der, dann, ähm, ganz, ganz weit unten ist. So von wegen größtentals negativ ist und scheiß ist es. Das ist ja dann wirklich mega unterirdischer Trash. Das ist ja dann, was ich meistens so zwei, drei Prozent oder so gebe, den Spielen. Von daher, naja. Und das, auf jeden Fall geht's mal. werden und das hat schon draußen bleiben der schon 2000 hat die maximale das ganze Das ist ein spannendes Spiel. Storytelling vor allem, ne? Vor allem, es ist regiert von den JRPGs von Super Nintendo und so ein Kram. Die hatten eigentlich so ein Scheiß-Storytelling mit Doom hier. Scheiß-Spiel. Haben wir so ein Gameplay. Entdecke-Klopper-Gameplay. So, ja, Headsfire. Ja, ist schön für ihn. Ich benutze das doch eh nicht. Warum bringst du mir das da, wie ich es eh nicht benutze? Ich benutze das MomQuest. I don't want to hurt nature. Nee, ich bin bloß noch nicht jahr lang. Das ist es eigentlich. Und da links ist doch auch ein Kraut. Also da, wo die Toe war. Mann, die Brom-Bessere-Waffen, ey, die machen zu wenig Schaden. Die machen eindeutig wie die Schaden, die Leute. Ernsthaft. Na komm, gehen wir nicht auf den Kegs, ey, stirb einfach hoch. Jetzt rein der Dach hat seine Schaden, warum machen sie so viel Schaden, auf einmal. Ernsthaft. Na, sonst nicht so viel Schaden. Aber die läuft reizigend gut. Egal, dass sie auf einmal so viel Schaden machen. Und zu viel IP haben fallen. Ja, richtig gefährlich, mein Gott. Das läuft ja noch aus. Super. Äh... Sehen muss man ja halt werden. Ja. 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 sind sie verdoppelt gegriffen das weiß ich nicht so gut tschüss wo wir sind auch mal gehalten oh ja sie soll immer gehalten werden. Och ne, oder? Geil, alle außerschönen Stunt. Super. So, nicht mehr toll. Super, geil. Hm, ist das geil. Hm, ist das geil. Hm, ist das keine Reiterbeit hier, wenn das so weitergeht. So. Heal 2 auf dich. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ich bin grad nur am heilen. Ich rufe jetzt mal ihre die auf und so am ende der runde oder nervt mich so was ihr nervt mich sowas von ernst mann weiter weiter und dann haben wir noch so viel hp es ist doch nicht euer ernst ist dieser moment gerade der nervt mich nicht so was von meine fresse weiter ist doch nicht euer ernster jetzt sterbt endlich doch mal noch mehr super was da war es hier 50 warum kann ich das nicht ach so äh end of enemies skill sword dance skill äh ich hab das denn hier ach so oh das ist ein ass ja skill power plate ähh aha medical flight dann doppel attack doppel attack so jetzt wo man so viele dinge haben können wir es auch mal verwenden bam 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 what a damage nice das wäre gerade ein bisschen übel wenn es gegen angeht bad wing äh dieses icon äh dieses icon äh dieses icon ist beschissen ehrlich gesagt so schön level ups nice ähm du heisst mal eben kurz hier hier kultur maki mini status ähm das haben wir jetzt gut so du heisst dich mal du heisst ihn mal und du heisst ihn mal so gut ist das denn safe jetzt haben wir noch ich würde sagen wir machen hier mal einen Cut und machen auch Schluss Leute wir sollen das nächste mal bei Let's Play Destiny Warriors auf Wiedersehen Leute auf Wiedersehen und